Moin und herzlich willkommen bei Bonsai oder Kleinauts. Die Sonne scheint 12 Grad, perfektes Wetter zum Umtopfen, würde ich sagen. Der erste Kandidat in 2023 ist Mohane Yamadori-Linde. Die hatte jetzt zwei Jahre Zeit, sich vom Umzug Stress zu erholen und ich möchte heute mit der Gestaltung beginnen. Da ich noch nicht genau weiß, was mich da erwartet, habe ich drei Optionen, aber alle drei haben mit einem Stein zu tun. Welcher es letztendlich wird, entscheidet die Linde selber, beziehungsweise der Furzelball. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt noch die Spitze in Form bringen und die Äste ein wenig zurückschneiden. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018